hallo 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 und herzlich willkommen zurück zu let's play crisis 3 natürlich sind wir wieder weiter die waffe die hier und natürlich haben ja wieder munition für unseren kleinen bogen und ich mache mal eine falsche richtung und sich bei weil ich keine ahnung habe was wir machen ok jetzt gehen wir weiter voll schauknopf Ich hab ihn! Das war aber echt doof von mir, ich sterb DAT war doof! Ok, ich glaube ich muss ihn leise ausschalten. Kurz wieder Energie. So. Tarnfeld aktiviert. Maginale Panzer. Tarnfeld aktiviert. Da macht jemand Jagd ab uns, mit nem Bogen! Ich mach's nur mal einzeln, ich hab wieder ein Piepen. Tarnfeld aktiviert. 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 Der Kerl darf uns nicht entwischen. Los! Willste verstecken, Spiel? Komm raus! Feuer! Attackiert seinen Bord! Bordet den Kerl! Was ist das? Was ist das? Das sind so viele Gegner, wie sollen wir das schaffen? Nee. Was ist das? 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 Was ist das?